Landtagswahlen im Osten. Die BSW von Sarah Wagenknecht schließt eine Koalition mit den Grünen nicht aus. Oder aber doch? Es gibt nämlich schon jetzt ein Dementi. Wir gucken uns das gemeinsam genau an. Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content. Jetzt ein Abo dalassen. Und man muss doch direkt die Frage stellen. Wie glaubwürdig ist das Bündnis Sarah Wagenknecht? Ich glaube dieser Partei und diesen Kandidaten, die dort involviert sind, nichts. Null Komma nichts. Wenn es um die Macht geht, um Versorgungsposten, vielleicht sogar Ministerposten in dem einen oder anderen Bundesland, wo ja jetzt in ein paar Monaten gewählt wird. Wenn es da um die Versorgung geht, dann wird alles, alles Versprochene hinter sich gelassen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Wir haben es schon sehr, sehr oft von solchen Kandidaten gesehen. Da wird einfach alles dran gesetzt, irgendwie an die Macht zu kommen. Und interessant ist, wir sehen jetzt hier, 5.07. morgens um 7.34 Uhr folgende Schlagzeile. Landtagswahlen im Osten. Wagenknecht gegen Koalition mit den Grünen. Jetzt sagt ihr bestimmt, ja Moment mal Olli, was erzählst du denn da? Die wollen doch nicht mit den Grünen koalieren. Ich liebe Frau Wagenknecht, die ist super, die ist toll. Ich bin auch sehr links eingestellt. Das können die alle sein, gar keine Frage. Ich bin nicht so politisch eingestellt wie die Frau Wagenknecht. Bei manchen Sachen stimme ich hier zu. Friedensverhandlungen beispielsweise, dass man wirtschaftlich anders agieren muss. Nur, dass sie die Wirtschaft in einem komplett anderen Kontrast sieht, als ich das tue und so weiter. Aber nichtsdestotrotz sehen wir nämlich, im Archiv von der Sächsischen sieht das anders aus. 4.07. 8.56 Uhr. Landtagswahlen im Osten. Grüne und BSW schließen die Koalition nicht aus. Gab es da etwa ein bisschen negative Presse und schlechte Erfahrungen, als man das geäußert hat? Und auf einmal heißt es jetzt, okay, da müssen wir doch nochmal zurückrudern. Aber gut, nach der Wahl, dann gucken wir mal, was dann ablaufen wird. Meine persönliche Meinung ist eben dies. Das ist wirklich ein riesengroßer Schlag ins Gesicht. Und nochmal, wenn man sich verschiedene Aussagen von den Politikern der BSW anguckt, dann weiß man, das ist die neue Linke. Nichts anderes. Das ist nicht irgendwie die große, tolle, neue Superpartei, die jetzt hier alles ändern wird. Nein, Leute, das dürft ihr euch nicht vorstellen. Da sind so viele E-Mali-Mitglieder und auch Politiker von der Partei Die Linke, die jetzt in der BSW sind. Und deswegen gibt es da keine neue Revolution oder auch sonst irgendetwas in der Richtung. Und man muss an dieser Stelle doch einfach festhalten. Es gibt nur eine einzige Partei, die man wählen kann, wenn man die Grünen nicht möchte. Welche das ist, könnt ihr jetzt dreimal in den Kommentaren unten raten. Und interessant dazu, wenn wir dann in diesen Artikel hier reingehen, gehen wir in den aktualisierten. Parteigründerin Wagenknecht sieht sich mit ihrem BSW als Vertreterin der Mitte. Deshalb möchte sie mit zwei Parteien keinesfalls koalieren. Hier hieß es aber noch, Saar Wagenknecht und Kathrin Georgi Eckert wollen beide die Regierungsbeteiligung der AfD in Sachsen und Thüringen verhindern. Trotz erheblicher Differenzen könnten die Parteien zusammenarbeiten. Ja, ein Schelm der Böses dabei denkt, dass man jetzt hier die Reißleine gezogen hat und dann unbedingt nochmal eine Änderung wollte. Aber so sieht es für mich ganz klar aus. Wenn wir uns für die drei Bundesländer die Wahlen angucken, Thüringen, Brandenburg, Sachsen. Zack, da sehen wir es. Beginnen wir hier einfach mal mit Sachsen. Und da sehen wir, ist die AfD definitiv die stärkste Partei mit 31%. Dann sehen wir daneben die CDU mit 29,5 und dann erst das BSB mit 15%. Aber muss man hier lassen, 15% ist schon nicht ohne. Und ja, es würde gehen, wenn hier eine Koalition zwischen CDU und BSB stattfindet. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man so natürlich versuchen wird, die AfD zu verhindern. Nächstes Bundesland ist Thüringen. Und Thüringen sieht nochmal ganz anders aus. Das ist sehr, sehr spannend. Denn hier reicht es nicht für CDU und BSB. Zumindest laut diesen aktuellen Umfragen, wie wir unten sehen können. Da müsste man halt noch zum Beispiel mit der SPD oder aber auch mit der Linken zusammenarbeiten. Ja, wartet mal ab. Der ewige Ministerpräsident Ramelow, vielleicht wird er dann sogar Ministerpräsident bleiben. Wartet mal ab. Das könnte sogar noch spannend werden. Dann sehen wir natürlich auch noch Brandenburg, wo ebenfalls die Wahlen stattfinden. Guckt euch das mal an, wie dicht auf die einander hier alle drei sind. Das ist schon sehr, sehr krass. Und nur die AfD hat hier ganz, ganz eindeutig den ersten Platz erzielt. Und wir sehen jetzt hier, da gibt es nur eine Möglichkeit. Da müssten nämlich genau BSB, CDU und SPD zusammen regieren, zum Koalieren, damit sie die AfD verhindern. Es ist wirklich unfassbar. Es ist wirklich krass. Und es gibt nur eine Lösung, wie die AfD dieses Rennen machen kann. Sie braucht die absolute Mehrheit. Sie braucht definitiv die absolute Mehrheit. Anders wird es dort nicht ohne BSB oder auch andere Parteien funktionieren, wie wir jetzt an diesen Umfragen hier ganz klar gesehen haben. Außer hier eine Möglichkeit gewählt. Aber nee, das AfD hat mich verguckt. Nö, wird ja nicht passieren. Nein. Also die BSB wird voraussichtlich in allen drei Bundesländern, wo wir jetzt dieses Jahr Wahlen haben, drankommen. Interessant ist aber, dass es jetzt hier auf einmal von der Frau Wagenknecht folgendes heißt. Grüne schaden real mehr als der AfD. Wagenknecht will mit beiden Parteien nicht koalieren. So viel zu dieser Änderung jetzt. Und dann heißt es ja hier, Zitat. Es geht darum, von welchen Parteien wir inhaltlich am weitesten weg sind. Das sind AfD und Grüne. Und da stimme ich der Dame zu. Ja, natürlich. Mit der Wirtschaftspolitik der AfD habt ihr wirklich nichts zu tun. Ihr habt doch nicht mit der Flüchtlingspolitik der AfD zu tun. Absolut nicht. Muhammad Ali, die Vorsitzende mit in der Partei, also im Vorstand, die hat sich herausgesprochen, dass sie das nicht möchte, dass Rückführungen nicht gemacht werden. Ja klar. Es wird mit der AfD keine Koalition geben, aber mit den Grünen möchten wir aus inhaltlichen Gründen auch nicht regieren. Es ist schon wirklich unfassbar, wenn man sich das hier mal reinzieht. Aus ihrer Sicht schaden die Grünen real mehr als die AfD. Und natürlich, da hat sie ja vollkommen recht, weil die AfD keine Macht hat. Genau das ist es ja einfach. Wie soll denn eine Partei, die nur in der Opposition ist, sei es in den Landtagen oder aber auch im Bundestag, eine Auswirkung darauf haben, einem Land zu schaden? Das habe ich bis heute noch nicht verstanden und konnte mir auch noch niemand in den Kommentaren mal realistisch nachvollziehbar erklären, weil es nicht erklärbar ist, weil es Schwachsinn ist. Man muss es doch klipp und klar so festhalten, wie es ist. Aber hier geht es ja weiter. Sie warft den Grünen vor, Haupttreiber einer autoritären Cancel Culture zu sein, die totalitäre Züge trage. Mit Cancel Culture wird der Versuch bezeichnen, Personen, oft Prominente oder Organisationen, wegen vermeintlichen Fehlverhaltens oft beleidigender, diskriminierender Aussagen öffentlich zu ächten oder zu boykottieren. Ja und klar, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Das hat ja schon mit zahlreichen Menschen immer und immer wieder passiert und ist so abgelaufen. Das ist halt wirklich einfach nur ein sehr, sehr erschreckendes Verhalten, sage ich jetzt mal dazu. Es ist schon wirklich krass, jetzt hier zu sehen, was hier für eine Reißleine gerade offensichtlich gezogen wird, wo es ja gestern eigentlich dann noch anders hieß. Ich halte euch im Laufenden, was es dazu Neues geben wird und ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von diesem Verhalten haltet und würdet ihr die BSW um Sarah Wagenknecht denn auch wählen? Denn man muss sich das ja mal vorstellen. Kennt ihr einen Kandidaten aus der BSW, der antritt? In Thüringen, in Sachsen oder auch in Brandenburg? Mir ist kein einziger bekannt. Diese Partei versteckt sich hinter einer Person. Das ist Sarah Wagenknecht und sonst gar nichts. Auf ihr basiert diese gesamte Partei, auch wenn man sie aber nicht wählt. Das ist doch total irrational. Darüber muss man mal diskutieren, oder? Schreibt es mal in die Kommentare. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten und ciao.